Prozent die Euro jetzt gehen wir in den überfluteten Tabu der Moskollinger der Marcel ist der Polizei beigetreten zwischenzeitlich eine zwischenzeitlich sind ja auch auf stufe zwölf gekommen und ich habe jetzt eine geile neue Attacke ich brauche mehr Wut ihr habt ihr die Wut man den haben, den und dann den werden auch außer ich haha die dreckigen aber er tötet sich da kommt aber sterben geht doch oh nein, keine Brüder nicht genug Wut hier, er kann doch mal das haben boah, ich fiel die aushalten das geht noch nicht boah, leck mich doch so oder weg alle tot wie hast du getötet? keine Ahnung aber die haben kaum was gedroppt bei mir haben die kaum was gedroppt nur so scheiße für mich auch naja, aber hier ist da Anal-Tippo alle weg Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen was denkt ihr nun, was ihr seid? Gott ich bin gut was bist du? ihr betretet nun unser größtes Heiligtum wiii oh, größtes Heiligtum das größtes Heiligtum genommen der igle Held hat sich bis hierher durchgekämpft nur um zu sterben Lina wen hast du damit gebracht? Adrias Tochter Adrias Schlampe aber das spielt keine Töten Töten das Bruchstück gehört mir tränk diesen Tempel mit ihrem Blut ja ja, die schreien schon nach Töten was meint er sie damit? meine Mutter wird mein Schicksal teilen könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? nö sie steckt voller Lügen glaubt ihr kein Wort geil, wie wir der einfach mal die Hoffnung nehmen könnte meine Mutter noch am Leben sein nein, das ist nur ne Lüge unsere Kinder kommen schwach zur Welt zu unterreichen kein hohes Alter die Dämonen der Ezra versprach ihre Macht wieder herzustellen doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt da komm ich mache noch Portal aber nicht bevor wir sie zurück in die Brenner da gibt es da noch was? ah hier gibt es noch was? nur gut ich glaube das war es jetzt hier von dem Tempel ich gehe hier raus anstatt mit dem Portal da ich weiß ob obwohl schwupp das würde gut zu euch passen da steht schon die nächste Aufgabe ich fühle mich Verkauf aber erstmal so viel Gold habe ich eigentlich ich hab 75.000 Klage Tristram Klage Tristram Klage Tristram Klage wir haben das zweite Stück des Schwertes wo soll ich nach dem dritten suchen ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Der Franz. Das muss Webcam sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fehrmann übersehen. Okay. Fehrmann. Der Spehrmann. Der Fehrmann. Ich habe alles gelegen, der heißt Fehrda. Okay, Fehrmann. Ach so, der am Hafen. Ja. Boah, wie das leckt gerade so. Oh, ey. Ich habe hier nichts. Hässlich. Ja, du hast aber irgendwie wieder Sky-Problem, weil zum Teil höre ich dich nur so worthaft. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt auch auf. Okay. Oh, Feuer. Oh, ey, wie das bei mir gerade leckt. Nein. Stierf und feine Hölle. Danke, Lea. Das ist ein Schieb. Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus dem Netz geholt. Es sah aus wie das Heft an der Uhr als vorgelegt. Aber ich weiß, das ist mir sein muss. Ah, Möcke, klar. Der Dorf hat sich mit mir gestritten, aber ich habe ihn davon überzeugt, es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen. Ich brauche eine heilige Ort für ein heilige Ort. Aber der Move ist der letzte Dreck, ey. Helft mir. Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir helfen dir doch nicht, Mann. Hassen dich. Hassen dich nicht weg. Das würde euren Tod bedeuten. Jupp. Was ich auch mag. Ich habe dein Gold geklaut. Boah, Ingelex. Ja, ja. Du, 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 du. Einfach nur alles töten. Ach, das ist der große Penner hier. Wo ist denn da hin? Ja, nein. Boah, wie das bei mir Verzögerung hat. Die Leute in der Kapelle brauchen meine Hilfe. Geht ihr vor Ort. Hallo, ich höre doch mal auf, Familie. Das ist ja nicht schön. Ihr habt uns gerettet. Wir schulden euch unser Leben. Ich bin da rein. Die Predeten. Lol. Wer ist denn jetzt da hingekommen? Ich will mit dem Priester reden, Mann. Ich suche das Heft eines Schwertes. Es ist vom Himmel gefallen und leuchtet mit seltsamer Magie. Cool. Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Tja. Kommt mit. Zu spät. Ich facktet die Kirche ab. Wir sind frohes loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram um zu sehen, wie Onkel der Tag geht. Pist dich doch leer. Pist dich doch leer. Boah ey. Erzögerung hoch zum Nichtrein. Und ich entschuldige, die wird das Zeug gerade hier. Ich habe keine Ahnung, warum das bei mir Kato scheiße ist das Spiel. Ich habe gerade verstanden, während du mit den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich habe gerade verstanden, während du mit den Helden gespielt hast. Ich muss zurück zu Kains Haus. Oh ey. Abfuck. Hallo, heil mich. Mann. Ich kann noch nach Tristram zurück. Moid Tristram. So, okay, komm, warte kurz mal. Bist du noch? Bist du heute? Ja, komm, wir machen hier mal kurz eine Unterbrechung. Ich gucke mal, ob das irgendwas bei mir ist. Und dann geht es gleich wieder weiter. Ja, mach das. So, da sind wir wieder zurück in der Aufnahme. Ähm. Mit mir. Mit der Mastel. Und jetzt gehen wir in das Haus von dem Kayn. Die Geschichte von neu. Ach, leck mich. Ja, Marcel, ich spreche lieber mit Dorfbewohnern. Ach, sieht aber geil aus. An dir, Kayn. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren. Oder Leia wird einen schrecklichen Tod sterben. Äh, all dieser Schmerz. Äh, all diese Zerstörung. Was, was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Mein Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Belial. Wer ist tot? Fledermaus-Volkar. Boah, Super Saiyan-Gin-Modus. Oh, was für einer. Ja, war Piss dich, Schlampe. Unkel, du darfst nicht sterben. Löni, du musst die Schwerder zusammenbauen. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengeführt werden. Ja, mach los. Oh, ist der gut. Ja, voll der Harry Potter. Die macht es mit ihm. Ja. Ja. Oh. Oh. Ist er was? Der Starb eines friedvollen Todes. Ja, voll. Ich hab den gewonnen. Ja, ich will den Toten sehen. Wollen wir euch nicht sagen? Also, ich hab den gern gehabt. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Ja. Scheiße, wa? Magda ist diejenige, die für Keynes Tod sein wird. Magda. Lena. Und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stirbt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Ein Fremde? Wir müssen ihm sein Schwert wiedergeben. Es wird seine Erinnerung wiederherstellen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhen nördlich von Wolfheim erreichen. Okay. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass ihr euch erwarten wird. Ich bin bereit für Sie. Der M-Jarkal feuerkann. Dum-Dum-Dum. Das ist auch alles wieder schön. Und ohne Probleme liebelt. Nein, die Kirche brennt immer noch. Kann der nicht mal zusammenfallen? Er brennt alles richtig nieder, was das zusammenfällt. Klar. Toter. Küsst du. Oh, nur scheiße necke. Uh. Toter. Für mich nicht. Für mich schon. Toter. Für mich auch. Das hat ja gar nichts gebracht, das Zeug. Toter. Wie alle tot sind. Ja, ne? Was hast du wieder gemacht? Fallen was suchen die doch... Hallo? Das ist ja ein Ding. Toter. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Ja, mach das. Toter. So ist jetzt ein Insider. Aber was für einer? Verrückter. Meine Königin, sie singt in meinen Ohren. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Mann, bist du ein Kranker. Nein.